Ich bin Neoblade und das Tribute to Bonsh war, ich habe jetzt mein erstes Spiel, die Build Order, richtig gespielt, oder halbwegs richtig, war auch noch nicht plus 20 Sekunden, und ich habe zum ersten Mal einen SQ von 104 gehabt, sonst war es immer nur 86 oder 92 oder so, ihr müsstet also mit diesen B.O.s auch problemlos über einen SQ von 100 kommen, bei GG, äh, bei SQ. Ich werde die nächste zu Replay Stats hochladen und alles ist schön. Depot bauen, nächsten SEV bauen, Good Luck Have Fun wünschen, Rampe markieren, und auf Barracks vorbereiten. Gas bauen Gas bauen Gas bauen Nächsten SEV bauen Und wir sollen scouten gehen Gas bauen Okay So Das bauen, das bauen Zurück Nächstes Gas Nächste Barracks Okay Vielleicht kriegen wir das erste Mal jetzt ein Opening Und wir brauchen Unser Depot So direkt noch eins Vergesst schon wieder die Mule Und schon sind wir Supply blockt Aber wir können die Factory bauen Und wir können gleich eine Mule schmeißen Und wir brauchen weitere Depots Jetzt sieht es auch ganz gut aus Und wir brauchen zuerst den Starport Und dann das nächste Dinges Okay, den töten wir Ah ne, den lassen wir weg Oh oh Stimp vergessen Oh 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 20 Sekunden drüber, aber Ja, aber es hätte geklappt Hätte ich dran gedacht Hätte, hätte Fahrradkette Geht mit den Supply Depots Dieses Mal auch gut auf Ist ne schöne W.O., muss man klar sagen Geht alles gut auf Geht alles gut auf Oh, it's on Oh, it's on So Und Kassif's Shells haben wir schon Wir gehen los Auch wenn wir kein Stim haben Pickreihenfolge Ich versuche auch dran zu denken Nach diesem Spiel hier Nochmal zu gucken Alles nehmen A move Dann ein Depot bauen Oh, er hat nicht expandiert Das ist nicht gut Oder ist schön für uns Dann gucken wir mal Was hier so geht Okay, warten wir auf Stim Dann nehmen wir jetzt Ausnahmsweise mal Eine zweite Basis Alles nehmen Stim ist fertig Und hoch Alles nehmen Immer wieder an die Pickreihenfolge Denken Hab hier schon wieder vergessen Wir scannen hier einmal Ach, scheiße Hab hier wieder die Hotkeys Nicht richtig eingestellt So Alles nehmen Und einsacken Pickreihenfolge Fliegen wir alles hier hin Das Spiel ist vorbei Also Stim vergessen Aber gucken wir jetzt erstmal nach Gucken wir jetzt erstmal nach Was hier die Dinges gewesen wäre Der SQ SQ ist 103 Das ist doch schon mal was Gucken wir kurz nach Wann Stim kam Und wann das erste Medivac kam Streamkb wieder ausschalten Das alle keine Expansion bauen Das alle keine Expansion bauen Also wenn euch so ein Werkererrester Da muss ich da nicht Nicht wild machen Ich verstehe nicht Dass sich die Hotkeys immer Ich glaube die Hotkeys Ändern sich Ich muss das jetzt Vor jedem Spiel kontrollieren Mein Abheben ist eigentlich Auf J Da kann ich nicht versehentlich Drauf kommen Aber gut Irgendwas ist da wohl Verkehrt oder nicht verkehrt Das ist auf V Ich weiß es nicht Ne Also mein Abheben ist auf jeden Fall Nicht auf C Sondern Scan ist auf C Und wenn ich scannen will Ja Baut er denn einen Nexus? Er baut einen Nexus Er bricht ihn ab Warum bricht er ihn denn ab? Achso Weil er One Base sieht Okay Na gut Mach du mal Also wie gesagt Der Push ist halt Wenn ihr ordentlich Markrot Ist der Push halt Unfassbar stark Dann muss der Gegner Schon genauso gut Gegen Markrot haben Ich frage mich halt wirklich Wenn man keine 19 SCVs Also das 19 SCVs An den Mineralien Bringen auf jeden Fall Mehr Geld als 16 Das steht außer Frage Also der Der 17. 99% Der 18. 96% Income noch Der 19. Weiß ich auswendig Nicht mehr Ähm Aber steht auf jeden Fall Außer Frage Dass ihr mit 16 SCVs Nicht auf die Über die 1000 Äh kommt Wenn ihr Ähm Also das Income halt checkt Aber ich kriege die Konstante Produktion Von Depots Medivacs Maraudern Und Marines Ich kriege die nur hin Wenn Äh Ich So viele SCVs habe Aber gut Könnt ihr mir in die Kommentare Auch reinschreiben Vielleicht verzichtet Honor dann auch irgendwie auf Äh Also es mit den Supply Depots Vielleicht etwas nicht Mit plus 15 oder so Sondern da knapper Das kann gut sein Ähm Oder Er verzichtet mal auf einen Marine Ja der Mann sollte Seine Warp Gates Ausgeben Theoretisch sollte er Einfach die Rampe Force fielden Bis der Arzt kommt Aber gut Achso Und schon wieder Alles vergessen Also wir gucken Timings und Benchmark Ich bin viel zu fasziniert Von dem Kampf 336 Stim ist nicht am Start Ist sogar Meilen weit weg Wahrscheinlich zweites Gas Vergessen Deswegen Kein Stim Gut Wie sieht es denn Mit dem ersten Medivac Aus 412 Ist der Starport Erst fertig Das bedeutet Seit 13 Sekunden Müsste das Medivac Bauen Wenigstens Kommt das Medivac Sofort Sei es bei 413 Baue ich es auch 14 Sekunden Zu spät Tja 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 Das ist alles Nicht schön Gut Soll es Äh Ne Ich gucke mir jetzt noch den Kampf an Aber es soll es schon mal gewesen sein Oh Also Timings und Benchmarks Und Dann bin ich mal gespannt Ob ich das als Zerg Und oder Protoss Besser hinbekomme Bin ich sehr 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 gespannt drauf Ja Also mit dem Hochheben Ja Das ist ein Also ich bin todsicher Dass ich auf irgendeinem Hotkey Profil das auf J gestellt habe Aber muss ich mal gucken Eigentlich kopiere ich mir die Immer die Hotkey Profile Aber gut Schauen wir mal Wünsche euch was Und Aber bitte abonniert Mein Channel Und bis demnächst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal